Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der USB-Stick kommt sehr einfach verpackt an. Er macht sofort einen guten, edlen Eindruck. Das Holz hat eine schöne Farbe und ist sehr gut verarbeitet. Die Kombination mit dem Edelstahl sieht sehr schick aus und macht einen hochwertigen Eindruck. Das Drehen der Schutzkappe ist sehr flüssig, aber meiner Meinung nach etwas zu leicht. Kann sein, dass das Scharnier mit der Zeit ausleiert und die Schutzkappe sich dann ungewollt beim Transport dreht. Die Gesamtgröße beträgt 58 mm x 20 mm x 11 mm. Das Übertragen von Daten zwischen meinem PC und dem USB-Stick funktioniert unproblematisch. Ich habe auf die Schreibe-Lese-Geschwindigkeit geachtet. Beim Kopieren einer 350 MB großen Datei hatte ich, Schreibe-Geschwindigkeit von ca. 5,5 MB pro Sekunde und Lese-Geschwindigkeit von ca. 19 MB pro Sekunde. Das Datenformat war beim angelieferten Stick-Fat 32. Fazit, ich kann den USB-Stick allen empfehlen, die auf das Aussehen viel Wert legen und eine Kombination aus Holz und Metall schön finden. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.